so bedienfeld auch kommen wir bedienen einfach mal ein bisschen weit so die planeten richtig angewandelt waren monkey island stream den zweiten haben wir on stream gemacht und mehr habe ich nicht da was oder linke aus der mittlere taste oben links ich habe es verstanden so ich muss oben links hin so spring auf jupiter auf die erde auf die venus das ist mit merko venus erde ja so oben links und dann zurück nach rechts was soll denn zurück nach rechts wo ist pluto ein frech eine freche darstellung unseres solar system oh mein gott und ist wirklich step by step was da damit was geht die geld habe den feld wunderbar jetzt oben mitte das und dann zweck nach rechts so schön ja da mein gott ich finde es dass im fechtes pluto nicht dabei ist oh mein gott blöde aber ich kann es nicht mal einen überspringen ja beschuldigung von der katze da oben mitte so button pusht zurück ans bedienfeld und dann zurück nach rechts war das letzte das ist ja dann der hier oder und jetzt müsste irgendwas passiert sein der hebel nein nochmal den rechten einfach dann benutzen oder ja job 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 jetzt aber wenn man den wechten dann wird sich das sein also kann ich die taste also okay unnötig viele zwischenschritte zurück nach rechts irgendwas hat Pling gemacht und deswegen Kinder hat man immer Zettel und Stift hier liegen am PC ganz an den Boden Boden wunderbar so aber was hat Pling gemacht hier drüben nicht irgendwas hat Pling gemacht Bedienfeld mal gucken na ja Button in deinem Gesicht, Menschen! Ich habe es Spaß gemacht, aber ich glaube ich werde dich auf dem ersten Versuch bitte sag mir was hier passiert ist ok, lass uns von der Top, also dieser Bozo geht in eine Nacht mit einem weirten Buch und beginnt von dem morgen bald Pause, dann trinken ist was leer so erinnern, dass er die Sequenz singt um die Kapstone zu schießen so erinnern, dass er die Feline-Superiorität prüfen was du sagst, Buzz? ich bin sorry für dich zu schulden ich bin so glücklich, dass wir dich endlich gefunden haben, Peace Hörst du auf Achievements zu bekommen? Nein, wird einfach zu gut. Gott, gell mal Dave. Da will ich ihn hier nochmal hin. Das ist Cthulhu? Sieht, wir sind zu früh. Die Barons sind bereits weg. Ich habe es gesehen, was er für ihn geschaut hat. Der Baron triggert dich, wenn ich ein Achievement bekomme. Jetzt wirst du zu einer Ente machen. Wank, wank. Der Lachse, auf Garno. Was bist du denn? Soll ich das unspiel? Ähm, wer ist dieser Baron? Wer ist dieser Baron? Warum hast du ihn nachschauen? Was ist er nach? Baron Ferenzi. Nur einer der vielen Namen, die der Barons geht. Wir schauen beide an das gleiche Ding hier. Ja. Was denkst du, was sie aus dem Rock dugt? Pfff. Ähm. Oh, Flügel. Es sieht aus wie Wings. Oh mein Gott, das ist einfach wie in der Legend. Pris Astley. Du solltest niemals die localen Myths als vollständig nonsenschen. Eine große Pferde von Dragon Wings. Das ist das, was sie mit. Dragon Wings. Nichts, was wir können jetzt tun, Carrier. Kein Ende zu der Arbeit. Mmh. Dragon Wings. Just like in the Legend, but hey, I'm prepared to believe anything at this point. What does this guy need him for? They do call him the Butcher, so I can only assume the worst. Oh, right. No end to the work? What does that mean, Peace? How much of the book have you read? I read a bit of it once. It made Kitty start to talk. Mmh. I was frankly too terrified to examine it since. Open it at the very last page. Mom. It... It's writing itself. The work is just another name for the Necronomicon. And it literally has no end. Yet. Ah? Wait a minute. Does this mean... I don't know exactly what it means to be truthful. No one really does. What you know is that it can change reality around it. And it might be controlled while doing so. Not by Buzz. Mmh. Träger? Wahrscheinlich Träger des Bugs. Träger? That seems to be your role. Yes. Oh, again with this deterministic nonsense. That's a mighty big word there, buddy. The book shows you to carry it and there's nothing you can do about it. Was bist du denn? What does that make you? I'm a hunter of evil. Hm. Hm. Like your dad, huh? He's more of a protector of the other. So everyone has their little role in this production, huh? What's Kitty's then? I, uh... I don't want to speculate on that. Oh, 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 oh. Smart girl. Oh. The other? The other. Olmsteen is not like us. Ach ja, Olmsteen. You think or you know? Neither. I believe. Hm. Ugh, never mind. Äh, hast du den Kommunikationsstörsinn, der installiert? Ach, was ist das? I was trying to sabotage the Baron. Much good to that too. You gave us quite the headache. Literally. Sorry, I guess. Wirst du an Vlad vorbeigekommen? Ich hab gefragt. DJ Friend. Did you have to bust out some dope rhymes? Oh, what? No, I'm stealthy. I don't think they even suspect what happened going on underneath them. So what's our next... Wait a minute. My phone's ringing, but we're deep underground. Everything's upside down around here. Don, is that you? Finally. Where the heck were you guys? I've been calling forever. Long story. The butcher was here, but he gave us the slip. We did find peace. She's here with us. Hold on, I'm putting you on speaker. Hello. Uh, yeah, hi. So I found what was hidden in Flamelva Bode. The stabilizing element. Yeah, a piece of paper with one phrase with none. What phrase? Hmm. I have it right here. One sec. A terrible storm. And three bells ringing throughout it. Shall awaken the beast. Wait a minute. Drei Glocken. Wir haben eine Glocke in Paris gefunden. Und wir haben hier eine Glocke in dem Turm. Hab's denn noch irgendwo eine Glocke? Zwei Glocken kennen wir. Willst du nochmal vorlesen? Willst du das nochmal vorlesen? Hmm. Sure. A terrible storm. And three bells ringing throughout it. Shall awaken the beast. Wir haben einen schlimmen Sturm aktuell hier. Und wir haben zwei Glocken. Das heißt, wir müssen noch irgendwo eine dritte Glocke finden. Na toll. A terrible storm. Haben wir gerade. Das Freak-Temp ist ein Hurricane Herbert, wenn es literalisiert wird. Hmm. Ich sehe, dass ich es nur nahezu vermisse, wenn ich irgendwo komme. Bis zum nächsten Tag nicht. Und? Drei Bellen. Hier ist eine Bellen in diesem Kastel. Ja. Ich wundere, ob es etwas mit dem zu tun hat. Und da war eine Bellen über Flamengo. Genau. Da war die zweite. Okay, wir haben die dritte Glocke. Die habe ich nicht vergessen. Das ist wirklich das, was wir wollen. Good point. Well, ist es? Oh, das ist ein bisschen spannend. Nee, nee, nee. Ich habe genug excitement in meinem Leben. Already. True. Du sollst du den Biest? Ja, das ist ein bisschen unnerving. Es ist ein bisschen. True. Ich sehe, ich sehe, das wahrscheinlich immer noch muss passieren, richtig? Wahrscheinlich, ja. Das wahrscheinlich macht es. Whatever das bedeutet. Das war die Konstante, was Barnabas mir erzählt hat. Die stabilisierten Elemente. Wenn nur wir eigentlich wussten, was das bedeutet. Der Necronomicon ist ever-changing Chaos. Wenn Olmsteen es schreibt, was diese Phrase beschreibt, wird wahrscheinlich passieren. Für besser oder besser. Das ist alles gut und dandy, aber was machen wir dann? Ich bin überzeugt, dass die Butcher für Fischmuth verlassen hat. Mit ein paar Drogenwings und Teller. Fischmuth. Seine echte Festivale sollten in vollem Stammt sein. Ihr könnt mir bald zeigen. Es ist mein Geil, um diesen Butcher zu folgen, tief in die Fischmuth's stinken Guts. Nicht ohne sich zu sehen, wie einer von diesen kreppigen Kultus, oder? Du musst den Voodoo-Gentlemen über die Disguide sehen, Mr. Ketype. Das Wort ist Fidelio. Sag ihm, Ketype sagt Hi. Alles klar, Kinder. Geh auf mein Büro. Ich werde dich dort treffen, wenn ich mit dem Butcher fertig bin. Dann mit dem Butcher auf jeden Fall. Kapitel 6. Das Festival. Nice, endlich aufs Festival. Schön heißen Meth holen. Oh ja. The Voodoo-Gentlemen. Okay. Wir sind... Wir haben noch den Haken. Hm. Zeugen Darkham. Ich muss diesen Voodoo-Typen finden und mit ihm über eine kultistische Verkleidung sprechen. Das Passwort lautet Fidelio. Wahrscheinlich hat er schon geändert. Können wir? Hier? Ich denke, das ist... Ja. Ja. Wir können wieder Informationen von allem holen. Ich habe nicht die Zeit, um zu trinken. Warte mal, warte mal, warte mal. Hm. Nothing. Nothing. Die Brücke. No. Graffiti. Bedeutet das vielleicht was? Hm. Ich schon. Äh. 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 What? Aber das blu 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 war toll. Hm. Päuslicher Fisch als Mensch verkleidet. Wer würde das hier drücken, Eugene? Lass uns das einfach machen. Äh. 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 Naja. Lass mal rüber gehen. Sie schon wieder? Das Passwort wurde wahrscheinlich geändert. Und wir müssen jetzt eine Quest für Sie machen? Äh. No need. Okay. Hi. Morgen. Passwort? Fidelio. Hey. Hallo da. Hallo da. War das ohne Passwort wirklich notwendig? War das Passwort wirklich notwendig? Ah. Nicht das wieder. Ja, doch genau deswegen. Du versuchst es richtig, Herr. Und du bist? Ketype. Don R. Ketype. Freund von Buzzs. Er war hier ein bisschen vor. Oh ja, ja, ja. Er ist gut, ich hoffe. Ist der Katze in der gleichen Prädikation? Oh, mit Katze, ne? Interessante Raumgestaltung. Interessante Raumgestaltung. Warum? Hi, danke, dass du dich merkst. Ein bisschen eklektisch zu sein. Aber Klienten seien es zu empfehlen. Amazon. Oh, nein. Ich gehe davon aus, dass er eine Art Autorität im Okkultismus ist. Wie sieht er aus? Was ist sein Problem? Ist Bob jemals unter dem Spitznamen der Metzger bekannt gewesen? Oh, Moment. Hm. Hm. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Keine Situation. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Wie kann ich mir sagen, Herr Ketype, man kann sagen, man kann es einfach nur so aus hvis. Okay, er ist eine Autorität im Okkultismus, oder? Ich verstehe, er ist eine Art Autorität im Okkultismus. Der Ausstieg von seinem Kenntnis ist splendiferös. Er kennt viel Dinge über viel Dinge, oder? Aber es ist alles... Ich kann es nicht in Worte sagen. Er ist anders, Bob ist. Schade. Wie ist er zufällig mit dem Spitznamen The Butcherbe bekannt? Gekannt? Oh nein, nein. The Butcher? The Butcher ist eine schreckliche Person, wer er oder sie ist. Willst du auf das Thema expandieren? Nicht viel ist über The Butcher, sogar in meinem Zirkel. Er ist rummert, dass er in den Toten ist. Oh, eine schreckliche, unnatürliche Erfahrung, die tot sind. Schreckliche, schreckliche Dinge. Bob kann nicht The Butcher sein. Oder zumindest nicht. Hm. Nur mal was anderes. Das Telepeizohedron. Das Telepeizohedron. Das Telepeizohedron. ähm, wie läuft das Voodoo-Geschäft? Wegen des Mal des Jägers, muss ich jetzt Blattborn spülen? Ja, ja. Wieso das? Moment oder nicht. Ich, äh, mag Gifte. Ich kann, äh, meine Handglow auf Kommande machen, auch. Ja, das ist ziemlich krass. Moment, wegen Bob. Warte, über Bob. Lass, lass uns nicht da wieder gehen. Je mehr ich über ihn denke, desto mehr verstanden bin ich. Okay. Ich brauche ein paar Robben für das Fischmollfest. Ich brauche ein paar Robben, um das Fischmollfest anzusehen. Denkst du, dass du dir helfen kannst? Das Fest? Was auch immer, was du da brauchst, wirst du nicht da gehen wollen? Worte von dispassionierten Angelegenheit. Nicht! Das sind schade, schade Leute, wenn die Leute sie sind. Ich bin mit meinem Knochen. Ich kann nicht wirklich zurückkommen. Also, kannst du mit den Robben helfen? Ich kann sicher. Du brauchst ein schönes Stück von Silber. Eine Miniaturized-Machchine. Drei Tufts von Kuala-Fer. Bede Besse. Ein weiteres? Ein Cemetery-Care-Taker's-Liver. Voluntärly donated. Was noch? Du kennst die Fischmollfest? Das Fischmollfest. Wohlbefisch. Was sind die Fischmollfest? Pufferfisch? Ja, einer von diesen. Nicht für die Robben. Ich wollte einfach immer einen. Kugelfrisch sind wirklich cool. Nachvollziehbar. Noch was? Was noch? Männer Alligatoren haben Baby-Töne. Aber sie müssen in pristineren Kondition sein. Sonst werden sie nicht mehr. Oh, und irgendwelchen Indie-Game-Developer-DNA. Die Teile haben historisch gewonnen, dass es das einfachste zu verkaufen ist. Ich habe es nicht gehört. Hast du nicht, dass du das eigentliche Artikel enthalten hast? Ja, ich mache es. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Nein, Fetch-Quest oder was es? Ja, sicher, warum nicht. Es war wirklich appreciated in das Jahr Supernatural Society costume ball, aber ich doubt es würde es hart das Jahr. Es ist in der chest da. Ich habe es in der da. Ich habe es für dich. Danke, Voodoo-Gentlemen. Du bist alles gut. Keine Proben, Donatello. Bitte nicht nennen mich das. Also, wie schaue ich? Appropriately schade und schade. Simultaneously. Okay, dann. Danke wieder. Ich werde auf meinem Weg. Oh, oh, warte mal. Das ist nicht genug, um dich ins Festival zu bringen. Jason, was ist falsch? Well, don't take this the wrong way. But, your smell. Ich hatte für eine Weile prävise Käse. Ich hatte Parisien Käse ein bisschen vor. Das kann nicht so sein, kann das? Nein, nein. Ich meine, du wirst nicht stinken. Oh, ja. Ich wusste das. Aber du musst stinken, um in Fischmuth zu sein, während diesem unholy Festival zu lassen. Oh, wie ein paar Stinktiere, die in einem Knoblauchpeter rumtollen. Wie eine Turnhose und Socken, die auf einem Mistfeuer kochen. Und bitte, wat? Wie Milch zwei Wochen, nachdem man sie mit einem Lieblingsteppich verschüttet. Oh, ja. Wie Milch. Zwei Wochen, nachdem du es auf deinem Lieblingsteppich spielst, auf deinem Lieblingsteppich spielst. Das ist ziemlich die vivide Imager, aber nein. Es ist mehr spezifisch als das. Es ist mehr in der Weile von Ich habe hunderten rotten Fisch gegen diese Röbel, die ich wehre. Das Festival scheint zu sein, eine sehr Fisch-themed Sache zu sein. Die Lokale sind sehr speziell mit ihren sozialen Veranstaltungen. Also, röbel einen deaden Fisch an, hm? Es sollte nicht zu schwer sein. Nicht Milch die Fische schütten. Es braucht wirklich viel Röbel Fisch. Alles klar, Herr Voodoo. Gut geschaut. Ich versuche, etwas zu denken. Alles klar. Aufmerksamkeit. Und aufmerksamkeit, Buzz, während du da bist. Geil. Ähm. Ich kann mit ihm jetzt nicht mehr interagieren. Die Ananas. Er möchte infus- Früchte, um mit dem Thema zu gehen. Nice. Hm. Okay. Die Stammesmaske. Made in China. Nimm den. Perfekt? 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 Hm. Das ist kreppend. Aber ich werde den halten. Der Tron. Da. Genau da. Das ist perfekt. Okay, das sollte mit dem Geschäft helfen. Die Schädel. Zwei für drei Dollar? Lass mich den. Wow. Länglicher Schädel. Ich möchte ihn nahe, wo mein Herz war. Die Schädelmischung bis zu 200 Grad. Ich wusste, dass du in Hand kommen würdest. Schwert? Geh das, du skarvige Seacucumber! Wir kommen abocht. Bereit, um Läden zu essen! Ich weiß nicht. Du hast nie mehr als 20 Dollar für ein Computer-Games. Okay. Doppelköpfe gibt... Oh mein Gott! Gargolore ist für die Orphanage! Was war das alles? Seltsame Vegetation. Stimmt. Mein Gott, Mann. Kannst du es nicht sehen? Sie werden immer wieder aufhören. Es gibt nichts, was sie stoppen. Wir haben alles versucht. Oh Mann. Hm. Okay, wir müssen ja in den Fisch laden. Ach, warte mal. Nee, Blondine. Na, ich... Ach ja, nicht belebende Dinge. Hi! Hey there. What's a nice girl like you doing in this part of town? Charmer, huh? Not really. I try, but... I get called out on it a lot. I'm... Don. Well, dressed like that. Uh... I'm honestly not an evil cultist. It's for a costume event. Carnival of... of sorts. I'm Margo. It's nice to meet you, Don. Yeah, likewise. Got, uh... Business with the voodoo gentleman? Why do you ask? Oh, I'm sorry. I'm a private investigator. I ask questions for a living. Sometimes I do it without even noticing. Just stop by to thank VG for, um... Turning me on to a better path, I guess. Text you straight? No, just talk some sense into me. Let's just say I no longer want to murder my husband. Well, ex-husband now. And I got rid of my toxic lover. Ugh. Oh, well. I'm sure you deserve a good guy for a change. I'm sure I do. So, what are you doing these days? I, uh... Roll with a librarian kid with a magic evil book and a talking cat. Just trying to nab this psycho who wants to bring the world to its knees. You're friends with Buzz? Did he pull a fast one on me? Well, it was for the best in the end. So, tell him I said thanks. You get around, Margot. Things just happen. Things just happen. What do you say once you're done with all that? You and me get a coffee. Oh, yeah. Mir würde es gefallen, Margot. I like that, Margot. Then it's a date. Catch you later on. Wait, uh... How do we get in touch? I thought you said you were a detective. Smooth. See you when the world is saved, kid. Kid. You must have more than 20 other people in the computer, Dave. If I feel guilty, is it your guilt, Buzz? There is the door. There is with you. Oh God. Oh God. You're not that bad. It makes no sense. Let's see, Ryan. Please see...